Hey Leute! Herzlich willkommen zurück bei Minecraft Hardcore Tag 6 mit Tobi. Und ich bin der Farmer. Yeah, yeah, yeah. Ach, ich hab nur ein Steinschwert. Ah, was soll man damit denn? Einfach mal hier rein tun. So, Kohle. Kannst du mir ja mal dein Eisen hinschmeißen, dann schmelze ich das mal alles ein direkt. Jo, warte mal kurz, zack. 22, super. Achso, und Gold geb ich dir auch noch. 20 hab ich auch noch auf Tasche. Heißt, 42 Eisen, da dürftest du dir eigentlich auf jeden Fall deine Rüstung dann gönnen können. Ja, denk ich auch. Äh, Kohle hab ich grad weggelegt. Moment, Redstone könnte auch noch mal hier rein. Und Brot mach ich auch gleich wieder für uns beide hin. Ich hab lang nix mehr gegessen. Ich weiß auch nicht. Hat ganz gut gehalten jetzt erstmal die letzte Zeit. Wo ist die Werkbank? Ach, da ist er. Puh. Ich guck die Werkbank an und sag, wo ist die Werkbank? Wo ist die Werkbank? Verdammt, wo hast du sie hingetan? Kannst du sie doch nicht einfach klauen. 15 Brot. Ja, stimmt, ich hab auch schon 13 Brot noch im Inventar. Groß, vielleicht könnte mal gegrillt werden. Wo ist das Brot? Achso. 15 heißt. Ja, wir haben jetzt eine Mülltonne sozusagen und eine, wo ich grad die Kabels reingetan habe. Ist auch noch ein bisschen Leder. Ja, mag das überhaupt nicht, wenn das alles so durcheinander ist eigentlich, aber was soll's. Ja, wir werden auch irgendwo mal machen. Wegen hübsch Gestaltung eines, ja. Wie nennt man das eigentlich heutzutage? Lagerhaus? Lagerhaus, ja, Lagerhalle, wie auch immer. So, ich bin am überlegen, was ich jetzt hier so machen könnte. Ich kenne mich mit Ordnung nicht aus, das ist mein Problem. Womit? Mit Ordnung. Ah, okay. Wir könnten... Wie viel Holz hast du noch? Ähm, eigentlich noch genug. Kommt drauf an, was du machen willst. Kannst du noch mal ein bisschen was geben? So 20 oder so höchstens? Brauchst du 20 Holz oder 20... Ähm, also... Okay. 20. Ach hier, verdammt. Hier hast du 33. Okay, danke. Können wir uns noch ein paar Werkbänke machen? So, klick, 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 klick. Ähm, ja. Sack, weg. Mann, oder? Was denn? Verbaut mit den Stufen. Kennst ja. Immer wieder schön. Das klick nämlich nicht auf. Eigentlich könnte man hier noch fast eine zweite Etage reinhauen bei uns in der Wohnung. Ob vielleicht wirklich nur die Übernachtungsmöglichkeiten sind. Bett. So, jetzt sieht das so aus. Ja, warum nicht? Eine Decke bräuchten wir auch noch, fällt mir grad mal auf. Eine Decke oder eine Decke? Also, Decke mit Bett oder Decke für... Nee, für oben. Auch aus Holz einfach? Oder was meinst du? Oder vielleicht aus... Hast du Glas noch? Sieht auch scheiße aus. Echt? Wenn das da... Da siehst du auch das Dach. Ach so, nee, ich mein das Dach mit Glas. Ach so, nee, das ist ja... Da macht ja keinen Sinn mehr. Verdammt, jetzt liegt da oben Holz. Komm her! Ich brauche hier das einzelne Holz. So. Oder aus Sandstone. Oder aus Cleanstone. Ich hatte doch vorhin irgendwann mal Cleanstone gemacht. Ja, siehst du wohl. Nur um Erfahrungspunkte zu bekommen. Genau. Äh, reicht das? 24 Stück wird nicht reichen. Ähm, da müssen wir mal gucken, ob man irgendwas hier... Haben wir halt eine Steindecke. Aber was soll's. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ob wir noch oben irgendwie noch... Eine Etage machen. Mit Betten dann. Oh, da fehlt doch noch ein bisschen wat. Hm. So. Ach shit, so. Muss ich mal von außen betrachten. Wie's aussieht. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass auf dem Dach keine Zombies spawnen, wa? Ja, das ist blöd dann teilweise. Obwohl ist eigentlich auch nicht schlimm, oder? Meinst du, eine Fackel reicht? Also die sind eigentlich nicht so, dass die... Ja, ich werd mal... Ich weiß schon, was ich mache. Wir probieren's einfach mal, ob's klappt. Ich weiß nicht, ob das scheiße ist oder so. Ach, an Treppenstufen darf man scheinbar keine Fackeln platzieren. Nee, da haben wir gelernt. Ja, unsere Wohnung nimmt Form, Mann. Jetzt wird's auch langsam sogar dunkel hier drin. Tja, dann sollte es mal ein paar Fackeln reinmachen. Denn es ist grad Mittagszeit. Da sollte es nicht dunkel werden. Oder... Oh ne, das sieht aber hier nach einem bösen Grafikfehler eher aus bei mir grad. Und, wie sieht das aus? Scheiße. Okay. Ups. Ja, also das hier oben sieht grad scheiße aus. Aber... Das liegt... Irgendwie... An mir scheinbar. Nee, ich meine bei mir jetzt gerade am Dach. Hab ich... Was überlegt. Nein! Ich hab mich wieder verbaut. So. Okay. So, jetzt ist es hier scheiße dunkel drin und meine Fackeln... Machen kein Licht oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ey. Ey. Ey, scheiße. Ist das ein Lichtbug oder was? Ja, er sieht irgendwie... Die Decke ist einfach komplett schwarz hier. Wenn ich mir die anschaue. So, hier oben drauf sollten keine Monster spawnen. Keine Ahnung, woran das liegt. Uff. Ist es bei dir auf oder was? Ah, jetzt klappt's. Ah, dadam. Jetzt ist es hell. Warum was war? Ich hab einfach ne Fackel ran gemacht und die abgebaut. Aha. Lichtbug. Was? Äh, so. Da hast du grad das hier weggemacht. Geh mal rein. Guck mal, ob's dunkel... Guck mal, ob's hell ist. Oh, wir haben hier doch ne Höhle. Ist dunkel. Ist dunkel? Ist schon wieder dunkel? Warte mal kurz. Ist hell. Das ist der Blut. Dann müssen wir da ne Fackel einfach reinpacken. Ja, ich mach hier Fackeln. Obwohl jemand echt hier für Betten was reinmachen könnte. Kann man ja immer noch machen sonst. Schlafzimmer. Ähm. Jetzt muss ich langsam immer was fratzen. Na, hier so ein Brot. Wird auch mal was Feines. Yay. Ja. Und da kommt Schlafzimmer hin. Müssen wir nur Treppen bauen. Jetzt gucken wir mal gucken. Wird's wieder dunkel? Äh. Ne. Okay. Dann lassen wir das gleich für Schlafzimmer. Wie hoch ist denn die Decke da so? Äh, zwei. Okay. Hm. Was denn da? Was machst du denn da? Das ist doch bescheuert. Leiter, äh, nicht Treppen. Machst du echt Treppen rein? Ja, hast du auch gesagt. Achso, ich meinte eigentlich Leiter. Weil Treppe reicht glaube ich nicht. Achso, Leiter. Okay, ja. Können wir auch machen. Dann, ich baue mal schnell Leiter. Wo ist denn die? Ah. Ah, hier unten. Hier hast du so viel hingebaut als Boden. Hm. Es ist trotzdem scheiße dunkel da hinten oder nicht? Was soll die Kacke? Wo? Oh, stimmt. Hier unten. Ja, mit Leitern hoffe ich mal, dass das dann besser wird. Wir haben nur eins hier weggemacht. Jetzt machen wir Luftlöcher. Zack. Oben müssen wir halt noch Licht machen. Vielleicht auch deswegen. Weil oben so wenig Licht ist. Mach den Gravel hier schon mal weg. Sieht das hier auch schon mal schöner aus. Und ich muss schnell Treppen bauen. Und ich würde sagen, wir brauchen wirklich mal noch die Eisentüren, Patrick. Ja, ich meine, ich kann die jetzt hier mit Buttons ranpacken, aber... Moment. Wollen wir erstmal provisorisch. Bind ich blöd? Machen. Ach so war das gewesen. Stimmt, ja. So, guck mal hier. Und dort. Geht wahrscheinlich halt nur die eine erstmal auf, aber... Immerhin. Jetzt ist unpraktisch. Ja, ist ja egal. Lass uns den Button drüber machen. Auf der anderen Seite. Können wir jetzt erstmal provisorisch, dann können wir nämlich pennen. Ja, und ich mach mal Licht. Wir können immer noch nicht pennen. Ach, haben wir noch gar keine Betten? Nein. Okay. Okay. So, ich überleg grad, wenn wir die Halfstorm wieder ranmachen. Geh mal runter und guck mal, ob es dunkel ist. Gleich. Jetzt sieht es hier einigermaßen hell aus. Immerhin. Ja, ich mach hier ein bisschen... Wenn man hier oben nämlich beleuchtet, mit Beleuchtung, wird es heller unten auch. Okay. Du kannst merkwürdigere Licht wachsen. Na gut. So, wenn ich den reinpacke. Wir haben bisher bloß zwei Spinnfäden. Also ich müsste draußen auf Spinnjagd gehen. Okay. Obwohl, ich brauch ja erstmal... Könntest du ja mal sonst riskieren. Äh, ja, ich will meine Rüstung holen. Meine komplette. Wo haben wir das Eisen? Wo war das? Warte, hier. Gold ist auch fertig, ja. Boah, 51 Gold haben wir jetzt schon. Könnte ich mir auch ein Eisenschwert machen? Ich hab keinen Platz im Invertar, aber... Äh, Fackeln sollte ich mir nochmal herstellen. So. So. Zack. Jetzt hab ich gar keine Sticks mehr. Ich kann ihnen noch ein paar geben, wenn du willst. Ja, ein bisschen Holz hab ich noch, aber... Hier, Sticks liegen vorn dran. Okay. Okay, bist. Hier. Jo, danke. Okay, dann mal die Hose. Und noch ein... Ah, jetzt brauch ich die Sticks. Fatsch. Ich schau mal was draußen auf Gate. Oh, da hinten seh ich schon die erste Spinne. Wollen wir noch ein Eisenschwert? Äh, die Diamanten pack ich mal zur Sicherheit rein. Obwohl, wenn ich tot bin, dann ist eh egal. Na komm her, Kleine. Was los? Ach, gleich im Doppelpack kommen die hier ange... Wichst, ey. Die Spinner. Du spinnst. So, ich komm auch mal. Drüben sind ein paar Skeletors. Wir brauchen für... äh, wie kommen wir denn außen? Aufmachen die Tür. Was denn? Wir brauchen außen noch einen Knopf. Haben wir. Okay, ach so. Also hier hinten sind ein paar Skeletons. Was heißt ein paar? Zwei und ein Zombie. Oh, Mann ey. Das ist... Oh Gott, wie viele Creeper sind denn gerade? Guck mal jetzt gerade hier. Ja, ich seh es auch. Drei Creeper hintereinander und da vorne auch noch einer. Ja. Ich finde das ein bisschen extrem. Problem, du meintest doch mal im Hardcore-Mode, also im Hard-Mode werden nicht mehr, sondern die werden nur stärker, oder? Eigentlich schon. Oh, der ist hier gerade voll auf unserem Feld respawn. Ich weiß auch nicht die Bedingungen dafür. Ah, hier haben wir Spinnen. Hast du Spinnen? Ja, zwei Stück. Aber daneben ist noch ein Bogenschützen. Oh, ich kann doch... Verdammt, Bogenschütze. Okay, ich werde auch mal versuchen den Bogenschützen abzulenken hier den einen. Oh, ey. Der gleiche Treffer gelandet an mir. Okay, beide spinnen tot. Okay, Vorsicht mit den Creepern da hinten, ey. Da ist aber auch noch eine Spinne, wenn ich das richtig sehe, wa? Ja, da ist noch eine Spinne. Oh, wie viele Creeper, da hinten ist noch einer. Die können sich alle gegenseitig durchspringen. Ich finde, hier sind extrem viele Gegner. Explodiere! So, explodiere, explodiere, explodiere. Ey, wir müssen echt aufpassen, weil hinter uns respawn die jetzt teilweise schon. Hast du mitgekriegt? Ja, hinter uns kommen auch noch welche. Okay. Ich muss ein bisschen Nahrung mal holen. Komm, hier. B-b-b-b-b. Ja, komm schon, stürmen. Stürmen. Stürmen und Drang. Hab ich das richtig gesehen? Da unten war doch... Ja, da unten ist ein Dorfbewohner drin. Im Wasser, wa? Ja. Hinter dir ist noch ein Zombie am Kommen. Da hinten sehe ich zwei Spiders. Was? Oder eins? Ich weiß das gerade nicht genau. Eine. Okay. Okay, hier hinten sehe ich auch noch eine Spinne. Naja, da werde ich aber erstmal den Bogenschützen platt machen, denke ich. Oh, jetzt ist es wieder gerade eine neue Welle respawned, oder wat? Boah, shit, ey. Boah, ficken. Oh Gott. Uff. Oh. Ich muss auch gleich mal echt was essen. Gott, wie viele Bogenschützen. Krass. Pass auf, hinter dir sind richtig viele respawned. Okay, die Bogenschützen hab ich. Komm schon, komm schon, komm schon. Reift euch gegenseitig an. Ja. Die drei EP will ich auch noch einsammeln hier. Und dann kommt die Spinne dran. Boah, ich find Spinnen sind echt fiese Gegner. Ja, man muss immer zurückgehen. Man muss nicht hingehen zu denen, sondern zurückgehen. Boah. Okay, dreieinhalb Pätsen verloren. Ohne Regeneration. Und zurück. Boah, was? Oh man, Leute, ey. Das ist... Ist hier... Ist aufregender als sonst, oder? Ja, ein bisschen. Die machen ja auch mehr Schaden. Ich hab neun Spinnenfäden. Oh, ich hab zwei. Äh, dann brauchen wir noch... Ähm... Wie viele brauchen wir für ein Bett? Wir brauchen... Ich sag mal, vier brauchen wir pro Wolle. Wir brauchen drei Wolle. Sechs Wolle. Ähm... Sechs Wolle zusammen. Heißt vier mal sechs, 24. Okay. Haben wir doch noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen die Nacht noch durchkämpfen. Wir müssten mal ein paar Spinnen kommen wieder. Da hinten. Diese Nacht sind wir nicht so fein. Ja. Und Creeperman am Start. Ja, hier stimmt. Hier sehe ich auch noch ein. Die Spinne ist voll gegen den Kaktus gelaufen. Aber der sprengt sich jetzt scheinbar doch nicht. Weil ich hab ihn zwischengehört. Bin ich wieder nach Falschinformationen aufgesessen? So schnell geht das, Leute. Die halten bloß ein bisschen mehr aus und machen mehr Schaden. Aber vom Verhalten sind sie, glaube ich, noch genauso. Also jetzt ist hier eine Spinnenarmee, möchte ich mal fast behaupten. Echt? Hm. Vier Stück auf einem Fleck. Uh. Ich konnte zwei... Boah, noch mehr, ey. Hier sind richtig viele Spinnen gerade. Also ein paar Dinger dürfte ich jetzt eigentlich gesammelt kriegen. Boah, die machen aber auch Damage, ne? Wenn die einen erstmal haben. Und dann so ein Knockback reinzwingen. Ja, ja. Deswegen muss man... Oh Gott, 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 Gott. Was ist los? Creeper. Direkt neben mir gelaufen. Ah, sehr schön. Ah, einen habe ich erledigen können von den Creepern. Und noch den zweiten und gleichzeitig Schießpulver bekommen. Enderman. Ich sehe einen Enderman. Was soll ich machen? Nicht angreifen. Zwei Endermaner. Bloß nicht angreifen. Die sind zu stark jetzt momentan. Die sind zu stark. Ja, die halten extrem viel aus. Und die machen extrem viel Schaffern. Trotz Rüstung. Oh Gott. Scheiß Bogenschützer hat es auf mich abgesehen. Und er schießt mich fast in den Creeper rein, ey. Wasserfall. Haha, du Idiot. Uh. Da kommt mir gleich wieder der Nächste an, ey. Ja, gegen unsere zwei schaffen sie nichts. Ne, das stimmt. Oh, der andere Creeper, der macht mich ein bisschen nervös. Oh, guck mal die Horde an. Oh. Da hinten. Uiuiui. Was sind das alles? Zombies? The Walking Dead, ey. Hey, The Walking Dead. Ah, oh Mann. Ab der nächsten Version können die ja auch den Menschen infizieren. Creeper in unserem Haus. In unserem Haus. An. Nicht. Oh mein Gott. Ich dachte immer, oh Gott. Wäre ja krass, wenn es zu dunkel wird. Wo ist es denn? Hast du den schon weggelockt oder was? Oh, ich habe ihn erwischt. Aber die scheinen wirklich nicht hoch zu gehen, wenn du die... Oh Mann. Es wird gleich Tag. Ich habe gerade eine Spinne gehört. Wo ist die Spinne? Ja, ich sehe auch noch hier eine Spinne. Die würde ich mir noch gerne gönnen. Ich muss aufpassen. Ich muss was essen. Ich muss ganz dringend was essen. Ich regeneriere mich nicht mehr. Und ein Creeper ist hinter mir her. Hier ist der Mr. Creeper hin. Ich glaube hinter dir ist auch ein Creeper her. Ja. Hinter mir? Ne, hast du schon gesehen gehabt. Ich dachte du hättest du nicht bemerkt. Ja. Hier sind noch genug Creeper. Aber ich sehe keine Spinnen. Verdammt mal. Spinnen sehe ich momentan auch nicht mehr. Aber ein Creeper war doch hinter mir. Wo ist der Wichser hin? Ja. Ah, hier an unserem Haus. An unserem Haus. Und dann... Dann kommen sie dann irgendwann mal an, wenn wir nicht zu nah dran müssen. Ah, hier sehe ich noch zwei Spinnen. Sehr schön. Komm her. Okay, Creeper is down. Da hinten sehe ich noch einen Creeper. Keine Spinne sehe ich mehr gerade. Ja, ich erledige gerade noch eine. Ich sehe nur noch Creeper. Also ich habe jetzt 12. Insgesamt. Vielleicht reicht das. Ich weiß nicht wie viele du sammeln konntest. Ja, passt genau. Passt genau, ey. Da hinten sehe ich dich schon. Ja. Der Enderman brennt auch. Ja, der brennt der Enderman? Oder? Ne, ach der Zombie dahinter. Okay, sah nur so aus. Der Enderman verletzt sich nicht durch Feuer. Der kann auch ein Lava sein. Ah, durch Wasser, ne? Der verletzt sich nur durch Wasser. Wiederum. Stimmt. Okay, dann würde ich mal sagen, wollen wir uns ein paar Betten? Hört sich auf jeden Fall nach dem Plan an. So, das heißt ab sofort können wir schlafen. Wow. Bist du jetzt hoch gegangen? Hast du denn oben da schon was anderes, was du zum Craft nutzen kannst? Nö. Ich habe dir ja auch meine ganzen Seile gegeben. Äh, ich habe es nicht bekommen. Jetzt gerade. Weißt du, okay. Ich baue die auch noch. Ja, 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 ja. Und eigentlich ist wieder Tag geboren. Dann werden wir schnell noch die Betten bauen. Genau. Ich würde sagen, die Betten bauen wir einfach noch auf und dann machen wir erstmal Schicht für heute. Ja, klack. Ah ne, hier sind sie. Mhh. Hier die Kohle nehmen wir mit. Die kommen rein. So. Ja, dann sollten wir jetzt demnächst zusehen, dass wir so ein Table kriegen, wa? Ja. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall Diamant und Obsidian dafür. Ja, Diamant habe ich noch zur Not. Du hast auch noch Diamanten, ne? Genau. Woher hast du denn die Diamanten? Ich hatte doch auch drei gefunden. Achso, stimmt. So, unser Bettchen ist bereit. Yay, ein Doppelbett. Wie geil ist das denn? Wenn nicht. Yay. Okay, ja cool. Dann würde ich sagen, nächstes Mal mal schauen, ob wir es schon hinkriegen. Obsidian müssten wir irgendwie Eimer oder so uns bauen, wa? Ja, aber genügend Eisen dürften wir haben. 15 haben wir noch. Ja. Ich weiß nicht, ob du noch was hast oder ob du alles ins Lager getan hast. Ich hab, äh, Eisen hab ich noch. Okay. Hier oben rein einfach, ab in die Truhe, oder wat? Ja. Welcher linke? Rechts? Rechts. Links hab ich einfach immer nur momentan ganzen Scheiß-Kabel drin, ja. Okay, ja gut. Dann haben wir auch schon wieder einen Plan fürs nächste Mal, wa? Tag 6. Das war's. Würde ich sagen, Tag 7. Gibt's dann bei Tobi. Ja. Und ja, macht ihr euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.